Wir waren schon öko, als es noch out war. Team 7 ist seit 40 Jahren der Pionier für Öko-Möbel. Die Sehnsucht nach dem Echten liegt in der Natur des Menschen. Die virtuelle Welt kann leider nur zwei Sinne ansprechen, nämlich das Sehen und das Hören. Bei uns bei Team 7 geht es aber darum, dass wir alle fünf Sinne ansprechen. Also sehen, hören und auch fühlen, riechen und schmecken. Und das ist das, was wir hier erlebbar machen. Seit 40 Jahren fertigen wir einzigartige Qualitätsmöbel in Österreich in unseren eigenen Werken entlang der ganzen Wertschöpfungskette vom Wald bis zum fertigen Möbel. In spannenden Inszenierungen zeigen wir die Neuheiten 2020 und die Vielfalt und Natürlichkeit unserer Materialien. Der neue Echtzeit-Tisch steht für echtes, traditionelles Handwerk. Ich freue mich wie jedes Jahr wieder auf dem Stand von Team 7 zu sein, hier auf der Kölner IMM. Und jedes Mal ist es wirklich eine Erfahrung für die Sinne, die ja auch besonders dieses Jahr auf dem Stand angesprochen werden. Meine persönlichen Lieblinge sind zum einen der Sekretär Felinio und zum anderen der Echtzeit, weil er durch seine Qualität und durch seine Montage einfach unschlagbar ist. Nomen est omen beim neuen Louis Plus. Die seitlich nach oben gezogene Sitzfläche bietet zusätzlichen Seitenhalt und ein sehr angenehmes Sitzgefühl. Die neue Felinio-Vitrine bietet einen Mix aus offenem und geschlossenen Stauraum. Der Felinio-Sekretär verbindet analogen Speicherplatz mit dem technischen Komfort unserer digitalisierten Zeit. Mit ihrer Präzision und Feinheit in der Ausführung wirken unsere neuen Drehtürschränke noch eleganter und moderner. Die Naturholzbetten Light und Times erweitern unser Sortiment im Bereich Schlafen. Bei Team 7 hat mich wirklich besonders beeindruckt das grüne Bett. Und ich glaube, das grüne Bett hat eine ganz besondere Qualität, über die wir uns in Zukunft viel mehr Gedanken machen müssen als bisher. Wir haben hier ein Bett, völlig metallfrei, das quasi nur aus natürlichen Materialien besteht und das hat mich sehr beeindruckt. Nachhaltigkeit beginnt bei uns schon beim Design. Deshalb setzen wir auf zeitlose Ästhetik, hochwertige Materialien und richtungsweisende Technik. Willkommen bei Familie Beespoke. Unsere einzigartige Dreisicht-Technologie ermöglicht es uns, hochwertig, 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 hochwertig und hochwertig. Eine moderne Massivarztküche zu fertigen, mit verschiedensten Funktionsbeschlägen, mit minimalem Spaltmaß von 4 mm. Team 7 fertigt auch Sonderanfertigungen, höchst individuell für jedes Kundenbedürfnis. Hier ein Beispiel für individuell angefertigte Schubladen, die eine Übertiefe von bis zu 75 cm, eine Breite von bis zu 130 cm individuell angefertigt wird. Musik Musik Echtes Holz ist unser großes Steckenpferd. Und diese Leidenschaft können unsere Besucher an unserem Selfie-Point auch so richtig ausleben. Ihhaha! Musik 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 Musik